Der Parteitag in Bielefeld beginnt mit einer Kampfabstimmung. Es geht um Gregor Gysys Erklärung zu seiner politische Zukunft. Gysi, im Artikelbild neben Parteichef in Kadja Kipping, soll doch bitte schön sofort reden und nicht erst kurz vor dem Ende des zweitägigen Treffens am Sonntag. Der Antrag stammt von Inge Höge. Die Bundestagsabgeordnete aus Nordrhein-Westfalen hat es ihrem Fraktionsschiff noch nie leicht gemacht. Immerhin 40 Prozent der Delegierten unterstützen Höges Wunsch nach Klarheit. Die anderen folgen dem Plädoyer der Parteivorsitzenden Kadja Kipping, es bei der geplanten Dramaturgie zu belassen. Der Vorstand habe sich dabei etwas gedacht. Ein Satz, der die Spekulationen weiter anheizt. Das Rätselraten über die Pläne des populärsten linken Politikers geht also weiter. Seit zehn Jahren ist Gysi Chef der Bundestagsfraktion, im Herbst könnte die er enden. Die Linke müsste sich dann ein neues Gesicht suchen, das an vorderster parlamentarischer Front-Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, Parole bietet. Eine, der es fast alle zutrauen, ist Sarah Wagenknecht. Allerdings hat die ebenso wortgewandte wie heftige Kapitalismuskritikerin schon im März ihren Verzicht auf eine Kandidatur erklärt. Gysi wollte sich nie den Vorsitz mit Wagenknecht teilen. Sollte er sich nun zurückziehen, wäre der Weg plötzlich frei für die 45-Jährige. Im Gegensatz zum Gysi-Lager schließt Wagenknecht eine Koalition mit SPD und Grünen auf Bundesebene kategorisch aus. Auf dem Parteitag plädiert sie für den Austritt Deutschlands aus der NATO. Das geplante Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA, tipp, lehnt Wagenknecht ebenso vehement ab. Wer es unterstütze, solle aufhören, sich einen Demokraten zu nennen. Angesprochen fühlen soll sich vor allem Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, SPD. Der belüge die Öffentlichkeit und verkaufe sie für dumm. Er ebne auch der Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung den Weg. Auch Arbeitsministerin Andrea Nahles, ebenfalls SPD, bekommt ihr Fett weg. Die frühere SPD-Linke schränkt aus Wagenknecht sich mit dem sogenannten Tarifeinheitsgesetz die Rechte der Gewerkschaften massiv ein. Die Linke sei nicht dafür gegründet worden, in dieser trüben Brühe mitzuschwimmen, entrüstet sich Gysi's inneparteiliche Widersacherin. Gemessen am Jubel an der Bielefel der Stadthalle wünschen sich viele der knapp 500 Delegierten Wagenknecht als künftige Fraktionschefin im Bundestag. Sollte es dazukommen, müsste sie sich den Posten allerdings teilen. Die Doppelspitze sollte es eigentlich schon geben. Dass die Fraktion einen entsprechenden Parteitagsbeschluss beharrlich ignoriert, verdeutlicht ihre Abhängigkeit von Gysi. Sogar die Sozialdemokraten hoffen inständig, dass der charismatische Anwalt die Linke im Bundestag weiter anführen wird. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner sagte der Zeitung Die Welt, der linken Parteitag werde ein Gradmesser sein, ob die Partei überhaupt bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Gysi stehe für Regierungswilligkeit. Ohne ihn wäre ein rot-rot-grünes Bündnis noch viel schwerer anzugehen. Gysi stehe für Regierungswilligkeit. Gysi stehe für Regierungswilligt. Vielen Dank.